Lesegut Grüezi miteinander und herzlich willkommen bei Weinbeschichten. Lesegut könnte man eigentlich für jeden Weiden nominell lesegut. Aber die spanische Antwort auf fabelhaft ist Lesegut. Und es stammt aus dem berühmten Haus Domaine de Val de Pousa. Und Spezialität von diesem Rotwein sind französische Rebsorten, vor allem Syrah, Petit Verdo und Cabernet Sauvignon. Und aus den drei Traubensorten hat der Weinmacher Julio Murello eine spannende Cuvée kreiert. Und aus den beiden Einzellagen El Rincón und Paco de Val de Pousa. Die Philosophie von Marcos de Grigno basiert auf der Tatsache, die ich auch sagen muss, ein guter Wein wird im Rebberg geboren. Alle Rebsorten werden natürlich separat geceltet und reift während 10 Monate separat in separaten Pariks mit französischen Eichen alliés. Marcos de Grigno hat natürlich einen ausgeprägten Pioniercharakter. Sie hinterfragen sich permanent, wo und was noch verbessern können. Nach der Zusammenstellung von dieser Cuvée, 10 Monate im Barik, separat geceltet, ist, was ist entstanden oder was ist herausgekommen. Es ist ein eindrucksvoller Macho. Für wenig Geld ist entstanden. Und das möchte ich Ihnen zeigen. Die Farbe. Die Farbe ist ein mittels bis dunkels, ein schönes Purpurrot. Und in der Nase? In der Nase sind so kleine dunkle Beere. Ein bisschen würzig, lader, ein bisschen Aromatiker. Auch Waldboden, ein bisschen mineralisch. Kaffee. Und so ein bisschen orange, so kaltvolle Orange-Essenz. Das ist noch spannend. Im Gaumen. Der Gaumen ist ein mittelkräftiger Auftakt. Er ist harmonisch. Und was schön ist, er ist ein richtig lebendiger Rotwein. Aber harmonisch. Er hat eine sehr schöne Säure. Er hat einen gehaltvollen, angenehmen, sehr schönen Gerbstoff. Wiederum auch bleibt er lebendig. Und er hat einen langen, lebendigen Abgang. Und nachhaltig. Wirklich einen sehr schönen Gerbstoff. Das Wortspiel Lesegut im Namen. Er hat sein Versprechen. Der Lesegut ist eigentlich auch ein Lieblingswein für jeden Tag. Grillieren mit Freunden. Zum Krimi auf dem Sofa. Zum Diener. Für zwei Personen. Der Wein macht sich eigentlich in jeder Situation schlichtweg gut. Wenn jemand das mag, so kräftig den Wein zu trinken, würde ich empfehlen, vielleicht am Anfang ein bisschen in die Caraffe. Ein bisschen dekantieren. Damit er sich öffnen kann. Und das ist ja wunderschön. Eine seltene Angelegenheit ist bei diesem Wein, der Lesegut gehört zu den Wein, die mehr bieten, als sie kosten. Es gibt immer wieder überall solche Sachen. Der Lesegut gehört dazu. Der Lesegut ist erhältlich bei www.weingeschichte.ch für 17.35 Franken. Super schöne Allrounder. Lesegut. Danke vielmal. Ade miteinander. Danke vielmal. Danke vielmal. Danke vielmal. Danke четыреens. Und dann威 scarere ich mich.